hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft after humans so ich wollte eigentlich schon lange aufhören aber irgendwie ist lässt mich nicht los es nicht einfach nicht los und den ganzen schrott einfach mal da rein und den ganzen schrott einfach mal da rein alles drin und dann gibt man einfach 23 und jetzt wasser dazu und schon haben wir 23 obsidian wirklich ich dann kommen wir ich weiß 7, 8, so, ok, zack, perfekt, los geht's. Ich werde mal gucken, ob ich das direkt zusammen verarbeiten kann, oder ob das jetzt vorbei ist. Ich habe gesehen, ich hätte da auch weniger Kohle gebraucht. Es geht gar nicht rein, ne? Es geht gar nicht rein. Ok, dann muss ich da reinwerfen. Ja, darum habe ich versaut, aber nicht so tragisch. Wir sind auf dem richtigen Weg, das dauert nur ein bisschen länger. Ja. 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 Ich wachse mir rein. eine dark steel rüstung an den empowers immer noch ganz weit weg wie kann man die reparieren mittags die hat wahrscheinlich an ambos wahrscheinlich dann kommen wir ja schon mal bauen und später halt dann erst den vorn wenn es soweit ist würde ich mal so sagen damit das läuft damit es nicht so lange dauert dann später ein bisschen was aber noch drin das haben wir noch vor uns noch zehn obsidian neun ich fertig 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 12 also der oben passt von der geschwindigkeit hier unten ist ein bisschen langsamer geht aber auch soll jetzt die nächsten rein es sind nur noch zwei noch okay nur noch zwei und dann können wir das hier wieder ein bisschen umbauen und so und der weile lassen wir das hier schon mal und dann und dann andere richtung riesen nehmen wir schon mal mit und dann 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 und und dann und dann undculo uns und das absinieren da ich glaub eines das kann man eben schnell es geht bevor ich da wieder umbauen so das mache ich mit der spitze eines das mache mit der spitze hier unten nämlich die mediatore ist ein bisschen verpackt von dem bürger er kommt immer recht spät und ja ich sagen erst denkt man hey kein ton jemand kommt er dann doch das war der stein den ich eigentlich haben wollte das hier ist er gar nicht der kz ist es gar nicht ich wollte den haben den hier der sky oder bleibt direkt so nicht mal einschmelzen der ist geil der gefällt mir sehr gut ich habe den falschen ist egal es ist egal also das nächste mal merken ich habe den falschen der quatsch ist nicht der richtige der shit der shit stone das ist der richtige nicht so viel das ist der so geil ist echt wenig wir wollen der ist durch dass der durch ist ist der hier auch durch locker leicht so nur noch das hier und dann auch die test plate das müssen wir noch schauen das funktioniert momentan noch nicht ich dafür in der pern braucht und ich habe keine fahren irgendwie dafür wäre auch eine sache ach hier habe ich habe ich ein stil in gett warum ich gebe es auf der war gar nicht so schön der war viel schöner man braucht ihn nicht mal nicht mal schmelzen der ist von hause auch so so jetzt muss man demnächst was dickes machen aber echt es ist wieder nacht ist zufälligerweise ein enderman erwacht ich schlafe und halte für sie das ist wieder da ist er da ist er er kommt hier fehlt nur noch eine sehr gut er ist schon mal getriggert geht so auch wenn ich jetzt wirklich richtig was hat ich das mit weiß ich nicht auch mal auf cool ok ich hab die enderpearl nicht das ist ja cool hat die bücher fehlen mir noch die bücher fehlen mir noch aber ich kann relativ ich kann echt schon relativ viel machen was ist denn jetzt los aber man kann hier nach vorne jumpen okay noch mitnehmen so das ist sehr cool also das hier können wir noch nicht bauen es geht alles ok cool 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 es fehlt nicht mehr viel es ist nicht mehr viel aber einer mit wasser ist das cool also fast wir sind fast da wir sind fast am ziel wir haben fast eine ender query es fehlt nicht mehr viel was vergessen was vergessen moment fehlt mir trotzdem noch hoffentlich nicht also ich muss noch mal zurück ich brauche wieder aber und wasser so 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 mir fehlen noch mal einer perlen oder ich brauche dafür auch noch welche hier habe ich die mit gezählt und quatschieren ok also die habe ich jedenfalls schon mal dann würde ich sagen das hier können wir noch machen und die anderen die können wir so und so nicht machen so dann haben wir das nämlich dann haben wir das dass das und die spitze gekommen auch noch kraften so natürlich nicht aber so dann fehlen uns noch hier in der perle ok wir an der perlen und dann haben wir es aber endgültig ender perl noch dann anders cool hier in der perlen das endgültig also vier ender perlen und halt verzauberte bücher das mit den verzaubern klappt halt nicht so ganz hier autos mails ja auch noch ein autos mails aber ist okay ich nehme die ich bekommen kann und hier mal leder eine säge müde hier war so eine säge müde muss man so sofort gleich mal bauen um besser an plastik zu nachdem ich das gleich mal raus und verdienen jetzt herzauberung runter aber schon ist eigentlich kräftig mit heute mal raus dafür machen jedes anbringen herunter und jedes buch man hier schon mal drei bücher dann wenn es das dann ist das vierte buch sehr schön dann haben wir eines oder oder dann haben wir eines machen wir brauchen aber vier oh je 32 verzauberte bücher irgendwelche ok das ding können wir zusammen craften das wird eh nix mehr so ok gut alles klar gold gold muss ich aufheben genau gold muss ich auch noch hier reinwerfen das ist auch noch was wir brauchen genauso wie obsidieren obsidieren und gold müssen wir noch aufheben das brauchen wir noch für die query ansonsten hätten wir alles da oder wir hatten echt alles da also also das hier fehlt halt und bücher bücherregal kann ich mal noch machen brauche ich auch äh acht stück acht von den blöden bücherregalen oh gott oh gott wie viel strings habe ich denn acht mal drei geht's wie viel sugar cane habe ich da wird es scheitern dran da wird es dann scheitern das klappt auch auf anhieb denke ich nicht da sind wir bei kobra vorbeischauen und mal bei dem kurz ernten hat der schlager klingt gar nicht angebaut nö woher bin ich enttäuscht ich bin enttäuscht total enttäuscht so 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 und ich hätte auch hier noch xp das heißt ich könnte vielleicht level 1 bücher verzaubern ich bräuchte nur mit level 1 zu zaubern moment ein enchantment table enchantment table du hier brauchst vier obsidian zwei diamanten und ein buch jemand wäre da obsidian haben wir nicht wäre aber kein problem das buch ist ein problem beziehungsweise viel zu wenig da hinten gibt es noch welches da gehen wir hin da nehme ich mal noch ein bisschen was mit drücken wir noch welches ich muss ich muss das ja mal anpflanzen vielleicht im größeren stil einfach mal anpflanzen denn ich brauche echt viel papier so ich darf mal in größeren stil anpflanzen in viel größeren stil anpflanzen das andere pflanze ich auch nochmal an einfach damit es nicht sinnlos in der truhe rumgammelt sondern damit es sinnvoll für uns wächst so das sollte doch gehen ja wir brauchen noch ein paar in der männer wenn es regnet erst wird dann schlafen oh immer mehr at night okay wir brauchen nur at night so ja ich will es also da ja ja genau wobei ne das gibt ja ich weiß nicht naja doch das wird nicht gepasst das ist nicht doch das wird nicht gepasst ja egal das ist nicht egal egal das ist nicht und auch die bücher die man braucht zu verzaubern sind auch ein Problem eigentlich boah hier hat man noch 6 bett da drin das wären 2 bücher das wird nicht so ich so einen entscheidend sagen aber nix weil ich eben ich habe ja nix also einfach mal rein damit Wenn der mal Bücher annehmen würde, direkt, dann wäre das ja geil. Okay, dann machen wir Schluss für heute, endgültig. Die Curry wird heute nichts mehr, die machen wir ein andermal. Ja, aber... Worry, okay, okay, worry. Aber hier, das hier, wo ursprünglich die Taumkiste... So, ursprünglich funktioniert wurde zur Essenskiste. So. Ja, okay. Ja, also es ist nicht nacht, es regnet einfach nur in Strömen. Ähm, vielleicht legst du hier dann das Zeug oder so. Ich bin hier nun fast erstmal auch raus, würde ich sagen. Moment, ganz, sind hier diese Overlays eigentlich drin? Ja, aber das ist hier drin. Wenn der hier Chunklaugen würde, würde der ja auch nichts bringen. Nee, zumindest nicht. Er würde nur hier ein paar Pisten da an. Jetzt ist alles weg. Okay. Gut, also. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Iron Ore. Iron Ore. Was? Hm. Okay. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dahin, macht's gut. 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 Vielen Dank.